Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich hab's ja direkt auch rausgehauen dann. Ja. Sonst... Moment, sonst könntest du eigentlich mit dem Portal zurück und ich mach die Höhe im Portal auf. Ähm, wo bist denn du in der Stadt? Ich bin im... Cave immer noch. Ah, im Cave, okay. Dann geh du mit dem Portal zurück und ich mach die Höhe im Portal auf. Mhm, das klingt gut. Ich verfolge grad Gott und die Welt. Machen wir die eben noch. So, dann passt. Ich schau mich mal hier ein bisschen weiter oben. Ich pack noch ein bisschen was ein, was ich verkaufen kann. Ja, hier hat's Helme für dich. Ja. Ich schaube. Ich schaube. Gut, passt. Dann komm ich mal. Ja. Durch das Portal von die natürliche Höhle. Ja, dann musst du da noch den Dings aufnehmen. So. Ach so, die Helme? Ja. Ich bin vom Namen her schon mal gut. Also dachte ich, vielleicht ist das was für dich. Ja, vielleicht ein Eisen. Ich glaube, der ist gut. Hier hast du ja noch ein Eisen. Einfach ein Großhelm. Mhm. Passt. Super, danke. So. Mehr Viecher, die wie Goblins aussehen, umnieten. Mhm. Wowowowowow. Schon tot? Ja. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gold, ein Dings. Ein gelber Helm. Ich teleportiere mich wieder zu dir. Ja. Ja, ein Reif mit 80 Helft. Und ja, ich leg den ja mal hier. So. Großhelm Ring. Wo bist du? Also hier. Jetzt haben wir hier unten alles. Jetzt habe ich meine tolle Statistik zerstört. Tode insgesamt eins. Tode insgesamt 533.928. Ja, das kommt dann auch. Ja. So, und da hinten steht irgendwo der Boss. Achtung, da kommen vielleicht ein bisschen viele. Mhm. Und ich habe schon Viren Level Up. Ja, ich auch. Das geht schnell. Banshee, Kiefer, Handachst, Eisen. Pff, ja. Moment, ich... Ich könnte jetzt auch schon Gift machen, aber ich mach mal das. Ah, was wir vergessen haben, ist die Dings abzugeben, die... Mit Gift. Ja. Moment, ich muss mal kurz eine Fähigkeit ausprobieren. Zwei. Ja. Das bringt mir... Ah ja, das hast du jetzt auch, ähm... Das gibt, glaub ich, Plus Speed und Health. Mhm. So eine Gesundheitsregeneration, glaub ich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hat dir das jetzt angenommen? Ja, so ich hab's gekriegt. Oder... Oh, kann nicht abgeschlossen werden in diesem Mehrspieler-Modus. Ah, du. Okay. Weil ich's schon habe, oder was? Vermutlich, ja. Ah, toll. Egal. Okay, ich hab jetzt schon 100 Intelligence. Dafür sonst alles auch von dem Standort. Ja. Ja. Oh, das stimmt. Das kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, das hat Stufe 9. Ja. Danke fürs Heilen. Ich werde mich mal nehmen bei mir mit. Ja, ich hab halt da halt auch einen Cooldown drauf, dann kann ich nicht endlos heilen. Mhm. Witzschweinhaut. Ja, die nehm ich mir mal mit. Habe ich jetzt auch schon eine. Ja, das kam richtig gut, das Heilen. Ah, da hinten sind die Skelette. Waren die Skelette schon hier? Ich dachte, die kamen erst später. Ich glaube, wir haben einen Boss übersprungen. Ja, hab ich irgendwie auch das Gefühl. Irgendwo ist da so eine Tür abgeblieben. Ja. Ah, die Skelette. Die Skelette kamen doch erst nach dem Boss. Ja. Da geht's nämlich schon in Richtung Sparta. Ja. Okay, Moment, dann die Tränke kannst du haben. Ich würde mal sagen, dann gehen wir direkt zurück. Ja. Demöri. Der Wolf. Der zieht alle Skelette aus dem Boden. Den lass ich jetzt mal krepieren. Moment. Oder du kannst ihn auch auf nicht so aggressiv setzen. Wie denn das? Warte kurz. Ich muss mich heilen. Danke. Indem du auf den Begleiter klickst. Ich glaube rechtsklick oder linksklick. Ah ja, Moment. Ich kann den nur disbanden, also. Gibt's keine Möglichkeit, den... Nee, vermutlich weil du nur als Dings zählt, als Beschwörung. Äh, doch, doch. Ich konnte das machen damals. Schon? Ja. Liegt das vielleicht, ähm, Erinnerung. Hm. Kann man eben einstellen, ob man, äh, ob die immer angreifen sollen oder im ersten Nachbar gewissen, wenn sie angegriffen werden. Ah, dammit. Klick, klick. Glühender Bogen, das knick doch gut. Oh, da gibt's den Zauberer. Achtung. Okay. Moment mal, schauen, was der so hatte. Ein Stab, toll. Ja, wir haben ganz klar noch einen Boss übersprungen. Und ich war so begeistert von, äh, wie ich das hier gesehen hab, das erste Mal mit diesen Wassereffekten und so. War echt ne Grafikpracht, das Titan Quest. Ja gut, das kann man auch heute noch gut spielen. Ja. Also. Ähm, du sollst vielleicht nicht mit mir in die Gegend reinrennen, wenn ich selber noch welcher am Ziegen bin. Ich mach grad ein hell. Kügelchen. Das ist neun und... Ja, nach den anderen Skeletten ist die, denen ist der Giftschaden total egal. Aber die sind auch nur Level 2, ja, so. Ah, da oben ist noch ein Frost-Typi. Und der macht verdammt viel Schaden. So. Und Star. Star, Beinwinkel, Armreif, klingt alles nach dir. Ja, ich hab'n Haufen Gold. Ich krüße mich mal um den nächsten Zauberer oder hinten. Ich muss mich selbst hochheilen. So. Gar nicht schlecht, die Visieren mich an und du kannst in Ruhe killen. Ja. Schau'n wir mal kurz... Oh, das Skull-Land nehm' ich mir gerade auch mal. Stehenkranz der Konfrontation, ne? Klingt nice. Okay, kann ich mir noch nicht nehmen? Brauch' ich Level 8, Level 8. Ähm... Ähm... Schau'n... Schau'n... Kein Ding. Kredenresten muss, kann ich aus der Level 8 nehmen. So. Armreif Eisen, den schau' ich mir mal an. Verstärkter Beinschutz Eisen. Ähm, ich weiß... Gehört' gar nicht, ob Esche besser war, ich glaub' nicht. Und nachher gehen wir zurück und machen hier den Boss. Ja. Oder kiken wir. Wirklich machen kann man das nicht nennen und einfach die ganze Zeit drum rennen. Schau'n, dass einer nicht erwischt. Jep. Hab' ich glaub' ich hier ein Video dazu rausgeschossen, mein. Ja, ich glaub' aber das war glaub' ich bei einem Spättern Boss, oder? Ne, ne, äh, zu ziemlich vielen Bossen, da war der auch dabei. Ah ja, schau'n. Mit der Taktik weglaufen und immer wieder drauf. Wenn du bei einem Level 90 schau'n oder so, ist das nicht mehr so nötig. Mhm. Stimmt. Wieso sind eigentlich hier hinten so viele Skelette? War das ja ein Massenfriedhof? Schaut fast so aus. Kampffilm. Oh, ich will den aufnehmen. Moment, schau'n wir mal kurz die Ante Rüstung da an. Jo, ist besser. So. Eingriffsqualität, mhm. Was bringt mir das? 150, 40, 42, mhm, okay. Ist tendenziell schwächer. So, jetzt noch ist da mehr. Ja, ich, also für dich hab' ich auch nicht wirklich was gefunden. Hm, ja, aber ich hab' eigentlich momentan, wenn ich die ganzen Level 8 Erzeug-Sachen noch habe, dann bin ich eigentlich perfekt ausgerüstet. Es dürfte mir erst mal ne Weile lang nichts mehr passieren. So, ich geh' dann mal zurück zur Stadt. Ich geb' mir mal einen Bonus auf Leben, das kann mir nie schaden. So, mal kurz zur Stadt. Mhm. Da häng' ich mich an. Mal mein ganzes Zeug ist noch verkaufen. Ah, schon wieder den Händler hochgeheilt. Verwendest du jetzt eigentlich Stiebe? Ähm, jo. Okay. Okay. Was mir da fehlt, ist ein automatisches Anordnen von, von den Truhen-Items. Gibt's hier, gab's hier eine Truhe? Also von den, äh, Inventar-Items. Ah ja. Truhe leider keine. Ja. Echt ärgerlich. Ja. Oh, schon lange nicht mehr aufgestiegen im Level, seh' ich grade. Das kann ich grad gleich mal machen. Erhöhter Giftschaden, das klingt immer gut. 20 Giftschaden, oder 34 Giftschaden, können wir auch noch mitnehmen. Mehr Durchschlagsschaden. Fallen Entschärfen, ah, nehmen wir auch mit. So, und jetzt ist er auf dem Weg zum Boss.